Ich bin ein Tanuki, auch wenn ich es für unter meiner Würde halte, die ganze Zeit als Fellknäuel durch die Gegend zu laufen. Ich verehre und bewundere die Tango und liebe es, Menschen nachzuahmen. Und deswegen ist mein Alltag so intensiv und aufregend, dass ich gar keine Zeit habe, mich zu langweilen. Ich bin so froh, euch zu haben, auch wenn euer Vater uns verlassen hat. Aber euch für Kinder habe ich wenigstens noch. Yasaburo Shimogamo, sehr angenehm. Unser Bruder Yajiro wohnt in einem Brunnen. Wie kann ein Tanuki nur so nutzlos sein Leben vergeuden? Seine Brüder sind ein Frosch, ein Vollidiot und ein kleiner Junge. So hat er keine Chance. Guten Tag, da sind wir wieder. Eine der vielen albernen Seiten meines Narrenblutes. Wow, du hast es ihm gezeigt. Applaus für dich, Bruder. Nerv nicht, lass mich in Ruhe. Ich muss schon sagen, ich mache mir große Sorgen um die Zukunft der Familie Shimogamo. Denise, Mann! Er wurde vom Freitagsclub gefressen. Glaub mir, es tut mir leid, dass du armes Tier von mir gegessen wirst. Nur damit du es weißt, ich werde dich komplett aufessen. Du weißt genau, dass der Professor nicht mehr fliegen kann, ist unsere Schuld. Wollt ihr einem ehrenwerten Tengu das Recht verwehren, wenigstens in seinen Träumen noch ungehindert durch die Lüfte zu gleiten? Wie kann es sein, dass ich so in Bentham verknallt bin, obwohl sie Vater als Eintopf gegessen hat? Geht, sterb! Vom Leben als Tanuki hatte ich eigentlich sowieso genug. Wie konntest du das nur tun? Die Nacht des Gozan-Festivals, in der das Okuribi-Feuer entzündet wird, ist immer der Höhepunkt des Sommers. Wie die Menschen versammeln, auch wir Tanuki uns zu einer feuchtfröhlichen Feier. Dass wir uns so begeistern können, muss an diesem Narrenblut liegen. Die Eccentric Family, demnächst auf DVD und Blu-Ray.